Dieser Videoclip zeigt, wie Bemaßungslinien unter Verwendung der neuen PET-Palettenbefehle für Maßlinien-Segmente in ein oder mehrere Stücke geteilt werden können. Archicad 19 bietet neue PET-Palettenbefehle für das Splitten von Maßlinien in zwei oder mehr getrennte Maßlinien. Nach der Auswahl einer aus mehreren Maßlinien-Segmenten bestehenden Maßlinie können Sie auf ein beliebiges dieser Segmente klicken, um die PET-Palette aufzurufen. Tasten 4 und 5 der oberen Reihe der PET-Palette zeigen neue Befehle. Mit der vierten Taste kann der Befehl Maßlinien-Segment verschieben aktiviert werden. Aktivieren Sie den Befehl und klicken Sie auf ihn, um einen neuen Ort festzulegen. Die Maßlinie wird in drei Teile geteilt. Das angeklickte Maßlinien-Segment wird von der ursprünglichen Maßlinie abgelöst und als eine neue Maßlinie senkrecht zum Ort des Klicks bewegt. Die Teile der ursprünglichen Maßlinie an ihren beiden Seiten werden auch zu getrennten Maßlinien und bleiben an ihrem Ort. Natürlich wird in dem Fall, dass sich das angeklickte Maßlinien-Segment an einem Ende der Maßlinie befindet, die Maßlinie in nur zwei neue Maßlinien geteilt. Die fünfte Taste in der oberen Reihe der PET-Palette hat die Funktion, dass die angeklickte Maßlinie in zwei getrennte Maßlinien geteilt wird und gibt Ihnen auch die Möglichkeit, den angeklickten Teil anzuzeigen. Klicken Sie auf ein Maßlinien-Segment und wählen Sie den Befehl Maßlinie unterbrechen. Klicken Sie noch einmal, um den neuen Ort des geklickten Teils der Maßlinie festzulegen. Die Maßlinie wird an dem Ende des Maß-Segments, das sich weiter entfernt vom Punkt Ihres Klicks befindet, in zwei Teile geteilt. Somit können Sie auf eine beliebige Hälfte eines gegebenen Maßlinien-Segments klicken, um verschiedene Splitting-Ergebnisse zu erhalten.